Die erdzerbrechende Stellung oder auch die todüberwindende Stellung. Raffaella zeigt, wie es geht. Lege dich auf den Rücken, atme zwei-, dreimal gleichmäßig ein und aus. Dann hebe deine Beine, beuge die Knie etwas und gib die Füße zu den Ohren. Gib dabei die Oberarme hinter die Waden oder vor die Waden und gib die Unterarme an den Fußgelenken entlang. Falte die Hände hinter dem Kopf. So bist du in Mridhika Bhanjikasana.